Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Thanks to Wrath of Heaven Und genau, beim letzten Mal haben wir ja diesen neuen Charakter kennengelernt, Teshu Und genau, da werde ich erstmal schauen, was es da weiter mit auf sich hat Wir waren ja beim letzten Mal in diesem Zeitlevel angekommen, ne, mit diesem Stein da Und jetzt sollen wir halt, ja, wieder zu dem schreienden Kind gehen, sozusagen Um den Stein zu besorgen, ich glaube, dieser Teshu ist auch wieder dabei Was es mit dem noch auf sich hat, da bin ich sehr gespannt Ja, wie gesagt, was ist das? Das probiere ich mal Ah, schade, egal, ne, dann nicht, dann mache ich das das nächste Mal Okay, alles klar, dann würde ich sagen, geht's mal direkt los hier Ja, passt Ja, wir waren ja, genau, das Juwel des Himmels haben wir besorgt, genau Also es gibt auch Fallen hier wieder, okay, ich verstehe Gut Ah, natürlich Direkt ein Endbosskampf, was soll das denn, Alter Was soll das denn Das ist ja wohl immer die Höhe Hey Oh, und lauf Oh, alter Schwede Wieso ist, wieso ist hier direkt ein Bosskampf Hallo Lass mich doch erstmal ankommen Hey Das gibt's ja wohl nicht Mein Heiltrank Ernsthaft So Ich hab übrigens noch so ein paar Tricks hier bekommen Schaut mal, wie die hier läuft Ja, sehr stylisch auf jeden Fall Oh, ich kann den nicht angreifen Warum kann ich den nicht angreifen, ey So, jetzt aber Der wird alles ab Oh Direkt so ein scheiß Bossfight Jetzt weiter geht's Ey Boah Alter, was Steh auf und trink direkt Ja, sehr schön Und Mehr ab Greif an Los, komm schon Und greif an Komm Los geht's Und Nein Wow, okay Und Zack, 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 zack So Und zack, 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 zack Zack, 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 zack So Okay Alles klar So Und schmeiß die Rauchbombe So Zack, zack Hallo Die Rauchbombe bringt bei dem nichts, oder was Ah Was machst du denn Ey Oh Panda, Alter Das Boah Das hat die Hälfte meines Lebens abgezogen Einfach mal so Und Nein, schon wieder Oh Gott Bin ich jetzt tot? Ah ne, ich bin nicht tot Okay Alles klar Ja dann Rauchbombe Und Trink den Trank Komm Ah, es bringt doch was Okay, ich verstehe Und zack, 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 zack Ah Zack Nein Nicht schon wieder diese Attacke Oh Hast du diese Attacke, Alter Die zieht 37 ab Alles klar So Okay, dann Ah Nein, schon wieder Der macht immer das gleiche Was soll das? 37 plus 37 74 Ja Alles klar Da hab ich noch ein paar Hitpoints übrig So Und dann Zack, 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 zack Was soll das denn? Der macht schon wieder das gleiche Oh Gott Ah Ich sterbe gleich Oh Gott, nein Ja, ich bin tot Danke Da hab ich jetzt auch meine Linie wieder gebohrt weg Alter, was ist das für ein Gegner? Alter, Schwede Und dann Jetzt geh doch mal drauf, Alter Ey Wieso macht meine Attacke so wenig? Geht doch, ey Mensch So Tenrai Ich Ich habe Failed Hm Hm Kam mir so ein bisschen vor wie der Weiße Tiger aus dem zweiten Teil Na ja Okay, jetzt geht's erst so richtig los, ja Ja Hier komm ich her, okay Ja Ah, das Oh Sind das jetzt wenigstens normale Gegner Oder was ist das hier? So, der geht weg Und Yes Das sind normale Gegner Ja, sehr schön Und lauf direkt weg, komm Direkt weg mit dir Komm Ich habe da hinten nämlich Items gesehen Ah Ist noch einer irgendwo Ah Ja, da hinten Alles klar Ich habe hier hinten Items gesehen Glaube ich zumindest Ah, das sind nur Kerzen Alles klar Das sind die Die Tenrai-Kerzen Genau, ja Oh Soundruckler Warum auch immer Okay Nein Ah, fuck Das war dumm Scheiße Ah Das war blöd Das war richtig blöd Ah Er ist runtergefallen Wie geil Okay Das hat sich dann damit erledigt Ja Also hier gibt es Abgründe Auf jeden Fall Ja Hier gibt es Abgründe Alles klar So Dann schaue ich mal weiter Also wie gesagt Wenn ich nachspiele Werde ich alles so machen Wie es auch Ja Oder Was ist Oh Gott Da geht es runter Hm Wahrscheinlich ist der Gegner hier drunter Moment mal Wie war das Also Es gibt hier einen Trick Wie man sich hier festhalten kann Schnell Ne Also ich habe das ja gedacht Ne Indem ich einfach zurück Und nach vorne gegangen bin Aber das hat nicht geklappt Lieber hier Genau Ist das überhaupt ein Abgrund Weil der Typ ist eben Hier so Ha Genau seht ihr das Diesen Trick So Dann Kann ich hier runter Ich kann hier runter Ja Okay Dann mach das mal Nein Ah ich erinnere mich an das Level Ich erinnere mich an das Level Ja ja Das hatten wir auch mit Rikimaru gehabt So Und gehen dann direkt hin Und Yes Sehr schön So Weg mit dir So Nummer 2 Alles klar Gut Ja ja Der ist wahrscheinlich Ja Der ist oben drauf Okay Komme ich da irgendwie noch Oh Ja kann ich Geil Okay Ja dann Ich finde das Geräusch so geil Als ob dir irgendwas auspustet Ja So Dann Schauen wir mal Halt dich da fest Ja Sehr schön Wo ist die Da Alles klar Gut Dann hangen wir uns mal dahin Ja wie gesagt Ich bin frisch von der Arbeit gekommen Direkt quasi an den Rechner gesetzt Und ja Und ja genau Dann warte ich jetzt mal bis der sich da rumdreht Da hinten Da geht noch einer rechts rum Warum Was ist das für eine Logik Was ist das für eine Logik Sag mal Der dreht sich rum Und dreht sich direkt wieder rum Ah Moment mal Aber es hat einen Vorteil Und zwar Dadurch dass die Scheiße passiert ist Habe ich hier einen Heiltrank entdeckt Sehr schön Ja Okay Einfach Weiter warten Okay Ich verstehe schon So Wie dreht er sich Schaut mir direkt in die Fresse Okay Was hat der denn auf dem Kopf Plastiktüte Guck mal Der dreht da seine Der dreht da mal seine Breakdance-Runden hier Voll verrückt hier Naja Egal So Wo ist der nächste Wo ist jetzt Das ist jetzt bestimmt ein Abgrund oder Ne Das ist doch Das ist ein Abgrund Aber Ah Ich erinnere mich Das war dieses Level Mit dieser Teufelsstelle Da Oh Ne Ja gut Aber ich kenne ja jetzt den Weg Ah Ich habe die Waffe von ihm bekommen Okay Der ist nochmal oben drüber Oder was Ja hier Schaut mal Da geht es noch hoch Hier rechts Alles klar So Okay Hier rechts Ist er Nein Das war schon wieder so dumm Ich konnte wieder nicht warten Fuck 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 Alter Schwede Was Mach doch nicht sowas Du Wichser Du wirst jetzt sterben dafür Mann So Ja Ich bin noch ein bisschen zu gestresst Von dem Täglichen Stau in meiner Region Das ist ja Das zieht auch Konzentration Oder Ah da ist der nächste Oh mein Gott Oh mein Gott Alter Schwede So Ah Da ist der So Ja Nein Ah man Warum Ich kann auch nicht warten Ne Ich habe doch immer gesagt Langsamer spielen Erstmal Routen beobachten Und sowas Ja Ja ich Äh Weiß Oh Gott Okay So jetzt aber hier Mann Ja bis jetzt weiß ich nicht Also ich wurde jetzt viermal entdeckt Jetzt muss ich wirklich jeden killen Damit ich auch hier Großmeister noch schaffen kann Aber Moment mal Da hinten ist noch irgendwo einer Ist der hier hinter Ja der ist hier hinter Okay aber ich frage mich Wo es da noch unten lang geht Aber da habe ich jetzt keinen Bock das zu riskieren Moment mal Hier hinter ist auch noch irgendwo einer Hier hinter Komm ich da ja noch hin Keine Ahnung Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch So So Was haben wir hier Okay Mach das mal so Ich bin gerade extrem konzentriert Ach der ist da unten Höh Ne das kann der nicht sein Moment mal Hier ist doch einer viel näher dran Sind das zwei da unten Sind das zwei Das sind zwei Okay Alles klar Da muss ich irgendwie von der anderen Seite rein Wie kann ich das Ah Moment mal Da ist eine Granate Okay geil Die habe ich auch jetzt gefunden So Dann Ja wie mache ich das denn jetzt Da hinten steht der eine Und da hinten läuft der andere So Ich glaube den einen da Den kann ich kriegen Wenn der sich gerade rumdreht Der dreht sich nämlich nur zweimal rum So Wenn er sich das nächste mal dreht Ah Ich bin nicht gesprungen Ich Idiot Okay wo soll ich jetzt hin Wo soll ich jetzt hin Wo soll ich jetzt hin Hallo Was ist das hier für ein Scheiß Ach Gott Ach Gott Oh Geh da hoch Oh scheiße Ich bin auch noch vergiftet Alter Shit Ich bin auch noch vergiftet Oh man Das ist richtig schlecht Das ist richtig scheiße Oh Ah das war ja Einfach Einfach weg hier Einfach weg hier So Jetzt Krieg dich ein Oh man ey Da rennt noch ein Bär rum Wie lange bin ich denn vergiftet Hallo Sterbe ich jetzt da dran Ne Okay Ach Ärgerlich ey Das ist so richtig ärgerlich Wieder gewesen Mann Das kann doch nicht wahr sein So oft ich hier entdeckt werde Ach Ja das Der macht wieder seine Hampelein da Und jetzt weg mit dir So Da ist der andere Brech das ab Brech das ab Wenn ich das abbreche Ja sehr schön Okay der entdeckt jetzt gleich die Leiche Und So Okay Sehr schön Wenigstens das hat mal funktioniert So Okay Ich habe sie verloren Okay So Was macht er da jetzt Der steht Okay Zack Weg mit dir So Äh Mann Was hat euch das jetzt gebracht Dass ihr mich entdeckt habt Gar nichts ey So hier war ja nichts mehr ne Ne genau Okay dann Dann war das ja Ja genau So Okay Da hinten ist noch ein Bär Wie soll ich den denn killen Ich glaube gar nicht Den sollte ich lieber mal in Ruhe lassen So Sekunde mal Ist das hier ein Abgrund Das ist ein Abgrund Oh Mann Okay Äh dann Oh Dann nehme ich lieber den Dingshaken hier Oder? Ja ja Ich muss springen Ich muss springen Nein 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 Bitte Oh Diese fucking Abgründe Ich falle auch immer wieder rein Oh Mann Na gut Freunde Ich würde sagen Äh Wir sehen uns da gleich wieder Ich spiele mal wieder nach Ne Also bis gleich Ja hallo zusammen Ich bin jetzt mal wieder hier an der Stelle So in etwa Äh Hier hinter mir ist der scheiß Abgrund Und Ja Ich muss jetzt irgendwie Hier dran vorbei So Äh Ja hier Hier kann ich doch hoch ne Halt dich da jetzt bitte fest Oh mein Gott Ja Sehr schön Alles klar Da ist noch das ein Item Okay Sehr schön Midi Packs So wo ist jetzt dieser scheiß Gegner hier Hier war doch irgendwo ein Gegner oder Oh mein Gott Da ist der Okay So dann schmeiß mal den Giftreis mal in die Richtung bitte So Wenn er jetzt da runter geht Sehr schön Er ist fokussiert Und weg mit dir Ah Penner Meine Fresse Wo ist jetzt der Giftreis Da ist Oh mein Gott Moment mal Was ist denn hier Hier geht's noch Hier red noch Ah ne das ist der Bär glaube ich Ist hier noch was Moment mal Was ist hier Abgrund Ne kein Abgrund Was ist denn hier Eine Sekunde mal Was haben wir denn hier Oh Mann Okay Was ist hier Ah Das ist so verdammt dunkel hier Nächstes hier Ist einfach mal leer Okay Hat man auch selten bei einem Tengshu eigentlich Aber naja Dann gehen wir mal wieder hier hoch So Da drin Da ist doch War hier nicht noch ein Gegner Moment mal Ich weiß doch Dass hier noch ein Gegner rumgelaufen ist Irgendwo Naja egal Ich gehe erstmal weiter Vielleicht Äh was ist das Da könnte ich weiter Moment mal Ne 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 Das will ich noch nicht Ich weiß doch noch Dass hier ein Gegner rumgelaufen ist Ich habe doch eben einen gesehen Hinter dem Bär Äh Oder auch nicht Okay Okay dann gehe ich schnell hoch Dann gehe ich schnell hoch Bevor es jetzt Bevor der mich hier sieht Nein Ayame Geh bitte schnell hoch Und Geh hoch Oh Gott sei Dank Ne hier ist keiner Hier ist keiner Okay Alles klar Dann Dann geh bitte weiter Dann geh weiter einfach So Okay Alles klar Dann Dann geht es hier weiter Hier drin Da ist nämlich so So ne So ne Kante hier So Alles klar Dann Also Obwohl ich hier Laufend rum Fale Gefällt mir dieses Spiel Nach wie vor So was haben wir denn Hier jetzt Ein Ab Ah Die Stelle Alles klar Ich verstehe Da kann man ja Da kann ich ja Mein ich mit dem Kletterhaken Hier hin oder Da kann ich dann nicht Hä Moment Oh ne Ich muss springen Fuck Oh Ich kann Ich mag diese Sprünge nicht Hier Boah Alter Schwede So Dann geh bitte da hoch Jetzt Ja Sehr schön Okay Alles klar Dann Oh Gott Ah Fünf Schurikens bekommen Frage ist jetzt Ha Irgendwer Springt hier rum Was Ah ja ja Ich kenn die Stelle noch Das war ja die Stelle wo ich mich mit dem Regimaro so krass verlaufen hab Wo ist denn der Wo ist denn der Ist der oben drüber So hangele ich mal da fest Ah Okay ich hab ihn Alles klar So Weiter geht's Und Und zack So Zeichen voll Immerhin das Immerhin das Hui 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 Genau Was ist das Was ist das der Wall Kick Jump over the Wall Kick Ah Okay Wart mal So Wall Impressor Ah ja Den kenne ich ja noch Ne Den kenne ich noch Moment was das ging doch anders Zack genau So Das ist der Wall Kick So Frage ist jetzt Der dreht sich mit Sicherheit wieder rum Deswegen bleib ich jetzt mal hier So Dann macht er seine Hampel ein Er kommt wieder hier hin Alles klar oder Er macht weiter seine Hampel ein Und dann kommt er wieder hier hin Ja Alles klar Okay Dann hab ich die Route jetzt gecheckt Hä Was macht der denn Ist der blöd Was für eine Route ist das Wer verhält sich denn so bitte Dass der ein bisschen läuft Sich umdreht Wieder Ein Meter läuft Und sich dann wieder rumdreht Das macht doch überhaupt keinen Sinn Dreh dich bitte rum Dann kill ich dich So jetzt Und Yes Weg mit dir So Ist direkt der nächste Zack So Ist direkt der nächste Der auf die Fresse haben will Obendrüber Alles klar Obendrüber So Gut Dann Hier gab es ja mehrere Stockwerke Ja ja Ich erinnere mich Aber wie komme ich denn da jetzt hoch Wo war denn das nochmal Ah genau Ja da geht es weiter Oder Ne Moment Da geht es nicht weiter Da war ja eine Sackkasse Stimmt Da war ja eine Sackkasse Ich erinnere mich Hier war doch diese Stelle Mit den ganzen Abgründen Oder was Oder wie Nö Keine Ahnung Ach du Scheiße Da sind zwei Bis zum nächsten Mal